und da habe ich in arg halt extra mods dafür gebraucht 5 und 10 hier so ein böser ist da so ein anderen tombbad so habe ich noch gar keinen aber die aber noch mal schießt bin ich ist er tot wie kriege ich denn den besseren ball wie kann ich ihn werfen ich krieg den so nicht deshalb hoch vom level ja habe ich habe schon so ein sogar okay stimmt schon 2 von 10 okay so ein anderer gewesen ich wollte wie werfe ich denn die grünen bei den hohen was ich ja toll finde du sagst du magst du magst das alles selber machen oder magst alleine spiel ich mag das für mir helfen die tiere helfen oder so weil ich bin ja zu 99 prozent alleine weißt du dann mag ich wenn zumindest die npcs mit mir spielen mir helfen und mit mir interagieren was schicken prügeln hier eingetütelt so kann man echt level ich habe gleich noch ein level sehr 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 geil was das hier ist das so ein viech was ich auch habe denkt im jahr genau so welche brauche ich noch noch ganz noch auch geil alle 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 aber hier die sind scheiße ich wollte gar nicht mit ich wollte gar nicht wechseln auf der speer doch ein level oh mein gott du blöder sack warum schlägst du denn noch mal zu ich brauche fünf von den tüchern ich will was probieren wieso bist du denn böse hier doch geist gemacht erst mal nachladen zwei stunden alles nachladen unterbricht seit immer wenn ich dort ne ich wollte looten grad weg da wölf leder geil 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 ich brauche leder noch oh ein ei noch so ein dino ei hier ich brauche noch diese daydreams die müssen noch hier sein das ding ist ich kann einfach mit denen draußen mit allen gleichzeitig normalerweise kannst du nur einen und ich dachte mich machen so eine bande von fünf leuten geben und mach mal wie sie action kann sein dass sie nun danach da sind und die müsste ich ja fast zehn haben eigentlich die 68 das doch 100 bei dem oder ich glaube noch ein level dann könnte ich auch wieder das killen was wir brauchen und wir noch mehr paypalster haben gummihandschuhe zum greifen von dingen möglichst in der ok elektroshock granate hier hat den besseren gleiter ist geboren steinbau set ok eiskühler hält der lager kühl und schützt vor hitze genau ein level noch dann kann ich das hier bauen bauwerk zement das ist die rammel kiste das ist die rammel kiste ok hallo puximux oder was hier oh wieder so ein lager hier moment 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 hast du vier ja geht los geht los jo was hat denn hier eingesperrt ok gut missionen sammeln lager geplündert oha was ist das für ein schönes tier es ist das für ein schönes tier ist zum teufel ist das richtig hübsch mit feuer und so geil was ist das für eins arsox fasten profi ein arsox wie hoch ist der denn ist der höher oder tiefer das ist höher gell so von unten anfangen vielleicht arsox nähe auch hier nach nach vor urzeiten war arsox leichter beute für fleischfressende pols ihre unzufriedenheit wird mit der gesamtsituation manifestierte sich in segen in segen was in segen für heißen flammen die dann von generation zu generation weitergegeben wurden kann als reite genutzt werden beim reiten hält es schön warm gut vielleicht kann der auch schneller brutzeln wenn ich metall schmelze hier steht so ein feuererzeugung wohl habe ich befreit habe ich befreit neuen dino aber den ich wollte habe ich nur einen äh hey bär yo bär das ist immer noch zu viel ap ja am fuß vielleicht treffen ich muss mich jetzt treffen lassen kommt klappt manchmal würde ich mir so ein bisschen weiter raus zoomen also weiter raussuchen wir halt optimal besonders wenn diese im menschen nachher werden fünf von den vier hier um mich herum sein da habe ich gar nicht nachgelesen es gibt bestimmte möglichkeiten oder vor verändern das ist der halb elden ring hier so ganz nah habt habe ich eigentlich gemacht warte kamerawinkel 90 grad kamerei entfernung 2 also vor vielleicht noch höher also eigentlich entfernung reitkamera also ich so ich will aber die kameras noch zwei okay das ist gar kein setting hier ich mach nur das eine level dann gehe ich jeme das haben wir noch nie gemacht dass wir nur pauls gefangen haben hier ich weiß auch gar nicht wo ich bin ich laufe einfach nur mal der nase nach aber da man zum glück fortstand hat passt es ja ach hier bei dem roten ding bin ich okay muss man den besseren gleiter machen knistern ist eingeklaut jawohl ich hätte einen fuchs mitnehmen sollen dass ich hier mit dem fuchs entlang reite uchst dann wenn welche schneller da ist eine kist stelle kann ich weiß nicht ob ich schlüssel habe oder brauchen wir die überhaupt schlüssel keine ahnung da schlüssel und brot sie tun das land oder naja es gibt ja es gibt dann schon so man wo man anscheinend auch farben kann und es gibt auch so also trotzdem sind ja der bosse da ich hier hanking ist hier level 15 neue boss also es gibt open field bosse es gibt in zwei arten von dungeons auch noch bossen und ich muss pinkeln das ist wie bei eldenring das war das war gestern schon teilweise wie eldenring in der einen höhle da war so eine statu oder die kirche war gehe ich ja kaputt vorne so eine statu hinten sohn so eine pflanze zu einsammeln so eine saad ok schöner ausblick ich geschiffen ich lasse meine uhr da damit ich keine kein kontakt zu irgendwas verlieren wahnsinn 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 lecker schmecken nebenbei ja mozarellischen essen muss ja schon hier wo sind wir jetzt hier boss sphärde des eisvögel level 15 dungeon ok oh mir speicher erstmal hier moment 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 ich weiß ja nicht wenn ich sterbe ob die sachen oben sind oder im dungeon drin ich glaube oben oder so let's go das direkt boss fight oder wie warte werte erhöhen leben was der boss gut dass wir die alle im weg stehen oder er ist der boss ach so warte warte ich habe die nicht auf agro digga nein nein die agro go 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 macht was greifen jetzt an geht doch nicht nach wenn sie nicht irgendwie noch mal schießen möchtest die anderen pinguine die musste die erzeit gestern gesagt die menschen ein boss hätte er lebt ja nicht nach zu viel also erst mal am anfang schon schaden kassiert weil diese kaffee und dann haben wir gestorben von uns also ich habe ja nichts mehr und das ding wieder dann habe ich ja schon beschissene schläge kassierte so eine kacke oder fängst schon an muskel bleiben und so angreift an sie war schon ich habe schon gut der mensch auf sie gemacht nur ich muss manuell nachladen jedes mal zwar bis nervig also wenn ich sie lebt halt nach und ich dann dort schon mich bewegt oder so bleibt ihr halt stehen scheiße ich muss nach hause ich will aber hier bleiben noch noch ein try ist er tot scheiße tot egal noch ein try ja 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 das ist der boss alleine oder jetzt andere fahrse oder was muss hin wo ist boss hallo aber hier verpackt oder was dann nur noch dann schon verlassen das war's hallo ich muss sagen es lief jetzt eigentlich ziemlich gut irgendwie war das jetzt komisch oh mein gott er hat noch nicht nachgeladen wie kann er denn nicht nachgeladen haben ich war raus ich habe dann verlasse ich habe so viel gemacht der hat noch nicht nachgeladen was ist denn mit meinen mobs hallo was ist denn mit meinen schon wieder hallo wieso greift die nicht ich komme gar nicht zurecht oder der boss despaunt despaunt der boss wenn man die ads macht läst du nach? hast du nachgeladen? nein hast du nicht und dann voll auf den boss oh mein gott, der lädt nicht nach mann ok, haben ihn ich weiß gar nicht was mein rechner dauernd will ich kann nicht zugreifen auf das irgendwie also der sagt dauernd fehler ich kann auf irgendein f nicht zugreifen die usb platte ist halt ausgesteckt deswegen kann er nicht zugreifen muss er ja gar nicht weiß nicht warum die ausgegangen ist ok boss geschafft easy was haben wir da? irgendwie diese pinguin ushida gell? pen king dieser pall ist nicht mit pengu let verwandt genießt aber die aufmerksamkeit die er dadurch bekommt und spielt mit freunden den part beim gemeinsamen kampf wird die beute von besiegten pauls des typ feuers erhöht der muss der muss ganz viel fressen handwerk 2 bewässerung 2 transport 2 kühlung 2 ok ok verrückt, verrückt gut war ein bisschen komisch mit dem ganzen stuff gerade aber geklappt guck mal an kommt wieder ok in der stunde oder so also wenn du im ähnlichen level bist dann geht es eigentlich sonst war das gestern geil der kampf gegen den gegen den 10 level höher oder so war lustig mhm mhm du musst da wirklich manuell aufs nachladen achten ja da warst du i feel joy i feel pain cause it's still the same habe ich nie dann machen wir mal mal an brötchen okay hier ist halt geil so ein ding dabei zu haben damit man die verteidigen mit der verteidigung erhöht wird ok das ding ist halt weg dass das kühlt aber nicht muss halt muss vielleicht ein muss vielleicht die ganze zeit ein ding da stehen ein kühlhall der das kühlt wie ist das werden angegriffen angegriffen müssen mal zum ding da nicht dass du sollst was ist denn jetzt angegriffen glocke ist geschlagen wo sind sie wo kommen sie ready all ready außer den toten durch mal kurz oben oben 70 meter oben lassen wir mal kurz den den king hier hin tun wir tun muss so einer raus oder nein der nein der also es geht schon schnelles nachleihen permanent schießt so komme ich nicht in die taste 4 damit ich die so viel zum angriff her als jetzt so viel ich weiß gar nicht wer noch lebt hier auf der karte 14 meter vor mir hier ist nur einer 96 meter 87 meter da hinten hier oben oder was mach er denn auch dann kann ich dich einfangen okay der fuchs hat das marmeladenbrüchen fertig gemacht ich frag mich was passiert wenn ich halt ein kabel mit den angriffen wie wie ist das wie schnatt ich frag mich am f gedrückt da kommst du ne komm doch nicht jetzt jetzt halt also ich finde die daydream schon sehr nice also muss ich sagen dass er um dich herumfliegen ist schon so ein bisschen kleine abtörner sage ich how it is aber sonst ist es schon nice leider habe ich halt nur noch einen und das ist jetzt die ganze zeit drei draußen wegen mir helfen wenn ich jetzt zum beispiel was baue oder so helfen die mir auch direkt weil die können ja alles machen eigentlich ich baue jetzt mal so ein reparaturset keine ahnung ob ich es brauche jetzt keiner mehr da gut danke danke für die hilfe danke für die hilfe bestimmt dann könnte der külmer sind es muss von einem eispal abgekühlt werden ja okay dann müssen wir die palze noch ein bisschen besser verwalten ich dachte ich hätte irgendwas gebaut was dazu beiträgt oder gelernt dass ich hier weiter kommen waffenwerkbank hier da ermöglicht auf den dino zu reiten naja weiß ja nicht nach den anderen gleiter genau zucht farm auch geil den anderen gleiter mal direkt produzieren hier da wurde gemacht da der und der ding leiter zwei braucht knochen und stoff stoff klingt klingt mal glaube ich gut hin oder noch müssen wir glaube ich looten marmelade 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 kennt das jemand von scrubs marmelade dann ist ein patient gewesen der dauernd marmelade gesagt feines wildsteak sorgt sorgfältig gebraten mit einem tiefen waldaroma der elegante geschmack erfüllt das leben mit genuss ein ein da und ich halte die pfanne du kannst feuer geben sag und dann geht er weg oder was so eine sau es hält da genauso lang deine pfalz haben hunger sinkt in den parametern suchen der inventar nach futtert fütter sie haben die hunger dann doch hier so meine speziellen pfalz hier oder was sind draußen 195 bären hier wird dann auch nicht mit so vielen bären rum auch nicht mit so vielen bären rum laufen stoff wurde versucht herzustellen reparatur 4 ah das sind nämlich für dwa deriv dat ja 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 d d nur wie hier wurde auch angefangen schönen hey dir jo dir braten bitte da rein tun aber der ist ja dann auch zu nichts nutze hier gut marmeladebrötchen kann man eigentlich eine menge machen 20 pilze braucht man das nur zum essen etwas länger satt angriffstempo 10 prozent steigert leicht verteidigung doch halt warm und so solche komischen sachen halt also ich habe das doch gelernt jetzt oder dieses waffen irgendwas weiß ich habe ich gelernt große werkzeugkiste 15 nägel kann im lager aufgestellt werden und erhöht das arbeit haben wir handwerken aufzustellen bringt keinen zusätzlichen nutzen okay warum war man nägel haben wir metall noch ich dachte ich hätte das auch gelernt hier die das wir brauchen jetzt dieses das kriegsding an dieses 20 ich habe es verwechselt hier mit dem werkzeug mit der werkzeugkiste level 20 die waffen werkbank ich glaube diese items habe ich gar nicht in der tasche die habe ich einfach nur ich selbst also könnte ja herstellen wenn ich fassen hätte okay ich verstehe ich verstehe jetzt bei dem spieler ich auch wetter wetterumschwünge habe ich regen gesehen ich weiß gar nicht einfach aber erholt von jetzt auf gleich schon die dream habe ich habe ich nicht genug gefarmt wenn ich sicher ob die nicht nur nachts ist natürlich nur nachts gibt die dinger okay es gibt da ziemlich viele seiten hier wie mache ich eine torte eigentlich wir schon hier beim kochen sind torte honig milch ei schon gesehen honig und milch noch gar nicht für diese zuchtfarben so brauchen wir noch gar nicht bauen solange wir nicht die matz für die torte haben so was haben wir dann noch werkzeug ist brauchen die nägel die werden produziert alarmglocken habe ich stand fackeln mieses bett ja heiße quelle weizen verkocht auf haben wir eigentlich die kühle die kiste zu fahren muss man nicht unbedingt jetzt bauen wenn wir noch keine torte haben das ding mit den seelen extrahieren mal schnell schauen ist ein schlechter messer ein messer mit dem du gerufene palt schlachten kannst kriegt man dann was dafür also kriegt man irgendwas dafür meine ich jetzt dass man irgendwas bekommt seelen oder so dass man dann leveln kann er ich hoffe es ist fertig geil ich habe immer noch keine ahnung verschieben wie ich das mache dass ich mit kuh dann die werfe obwohl es das ja mit dem jetzt immer geklappt aber bei bossen deshalb spannender fanggeschick 14 fanggeschick 37 wisst ihr das wäre bei bossen spannender beim magengeschwür fuß werde werfen ja weiß ich er schnell auffüllen was heißt das ich will hier zu diesem der zugruf auf das ist auch irgendwie sehr wild das ist ein bisschen trennen von der von dem anderen irgendwie das ist sehr sehr interessant hier das geht irgendwie so richtig das ist doch die das ist doch die komische bank davon den paul ding aber ich weiß gar nicht wie die heißt kann man sehen wie die heißt hochwertige werkbank die daneben ich komme da halt nie so hin weil ich gleich verdammt auf die andere zu irgendwie jetzt geht es normal geht es halt mit ein bisschen rumformelei aber jetzt geht es gar nicht mehr irgendwie die da naja warte 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 da habe ich eine tasche würde ich dann doch umstellen oder so hier pal ausrüstungswerk bank mach mal neu geil wäre halt noch da gibt es ja das ist glaube ich bei bei achilles gewesen legends untold dass man das verschieben konnte einfach so das ding nehmen verschieben das das war ultra das habe ich auch noch nicht gehabt aber es waren auch da hey das war dazu viel bauen das würde bestimmt wo du gefallen da musst du so viel bauen und rum machen dann kommt man her helfen echt alle mitnehmen die wollen mit helfen noch sind sie nicht da jetzt sind sie jetzt ist noch ein paar da ok jetzt habe ich mit hätte eine minute gedauert alleine der eine ist an der hungrig verpiss dich aber fertig frisch hat man das will ich immer noch eine faser noch eine faser fehlt mir noch kannst das ist nicht zu fassen zu fassen jetzt hat endlich floppy halsband da will gar keine helfen gut vielen dank der will gar keine helfen so eine schande muss ich das kann noch alleine machen hier kann man es geht alles nur noch kaputt der wahnsinn alles nur noch dreck den man kauft ja besonders harte wahre besonders harte wahre besonders harte wahre was ist denn bei dir kaputt gegangen sein dein stein dein starling ich bin eigentlich hierhin geratet worden ich bin eigentlich hierhin geratet worden oder ich hab die doch ich hab die doch eigentlich dabei where do you go my lovely wollte headset nehmen weil beide in ihr selbst müde sind headset kein ton alle still ja diese in ihr dinge sind ja eigentlich ganz okay zehn minuten näht so hast du eine stunde oder zwei tust du beide zum laden dann für zehn minuten dann laden die etwas und dann während du die diese diese restakkuzeit von dem einen nutzt ist das andere schon geladen ist bei mir auch so ja und das andere kaputt ist ja das wundert mich jetzt nicht hier ja ist das nicht für kathia gewesen ok da habe ich irgendwas falsch verstanden moment nicht für sie das war wegen dem gewicht genau 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 headset trotzdem marsch ja ich hab dir halt eine möglichkeit geboten dass das halt jetzt nicht so schlimm ist dass du eine alternative sei doch dankbar dankbar so zu sein weil er scheiß jetzt hier jetzt hätte man das dass das ja schon klar gewesen von anfang an das ja klar sie ist das floppy die brauche ich ich brauche ein floppy disk wo bist du floppy die moppy ist sie das ja außerdem meine liebe müssen wir dich leveln wir müssen dich leveln dass wir deine floppy disk haben die richtige hier 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 bitteschön jetzt müsste er nicht passen jetzt haben wir es eigentlich heute mal wenn es geht das ist sie hier hier hallö schön ok ja gut die kommt ja gleich so dann holen wir die floppy hier kommt also die ist jetzt da jetzt hole ich den nightdomin ist sie auch noch da jetzt fünf draußen gleichzeitig mit einer armee haben sie gesagt ich gehe lieber segeln wer braucht schon kekse wenn du die armee hast schmeiß deine hetze weg gegen sie ich habe meine armee gedanke ich würde ja noch so noch diese schatten sich haben noch eins ich weiß nicht ob sie so toll ist ob sie so gut kämpft überhaupt könnten wir testen leider kann ich wie sie alle angst haben leider kann ich halt auch nicht sagen keine ahnung was wollte ich jetzt sagen leider kann ich halt auch nicht sagen keine ahnung ich will jetzt auch nicht ich weiß auch nicht ich will mich jetzt wieder fahren ich fahr mal einfach floppy disk floppy disk floppy disk hier ähm dieser palm teams erscheint in deiner nähe und sich selbstständig auf die suche nach gegenständen ist jetzt nicht unbedingt das tollste hier so an an dude dudette was man dabei haben kann also dass die am meisten support bringt jo ich flieg sogar langsamer chill dachte er kann das halt dann tragen dachte kompensation ist von ihm da war kämpft sie eigentlich ja so tasche genommen ja da muss noch ein paar pokémon dinger schmeißen denn äh dann level ich da habe ich noch ein level dann kommen wir weiter leveln hier in den die 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 putze die macht es immer noch hier fixi wixi das nie wieder feile tabelle herstellen die lobt ist einfach ich würde es mal übertreiben dass wir nur von denen haben welche haben oder fünf von denen hinstellen zum test wo ist sie die kleine kommt sie nicht mit dem muss ich die extra beschwören oder was hallo ja ja denselben hallo luis haus and the blue little window and the blue corvette everything is blue for him hier ist noch so eine ich will die da die wenn ja ja Vielen Dank.